Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Silver Minish Cap. Wie gesagt, ich werde jetzt etwas leiser sein. Wir haben den letzten Dungeon hinter uns. Und mein Laptop ist natürlich das lauteste hier in diesem Pout sein wahrscheinlich. Es tut mir leid. Ich sehe jetzt überhaupt nichts mehr, weil es so dunkel in meinem Zimmer ist. Okay, ich hake einmal das hier ab. Dritter Stock, ein Herzteil habe ich. Wasserfall, ein Ringeln. Auf einer kleinen Insel greifen wir, oder? Ja, okay, okay. Ich weiß eh, wo ich hin muss nach der Reihenfolge, also wir beginnen hier. Erstes Herzteil gefunden. Und das heißt, wir haben einen 9-Herz-Container. Uns fehlen noch 8 Herzteile. 8 Herzteile, genau. Ja, und wer sich erinnern kann. Wir haben das Problem gehabt, wir konnten unser Herzteil nicht holen, was hier erinnern war. Aber ich bin vielleicht etwas zu leiser, aber wie gesagt, tut mir leid, Leute. Es ist schon wieder mal spät. Ich möchte das Endliche mal hinter mich bringen, was das Rekorden betrifft. Kann ich die endlich im Fragmentant drin? Da wüsste immer noch keins. Naja. Hier kann man auch nicht alles aufzwingen. Ich bin noch etwas näher am Mikro jetzt dran, weil ich jetzt leise rede. Ich könnte das Mikro aber natürlich auch drehen, was ich jetzt mache. Besser. Wir betreten diesen Halb-Dungeon wieder. Und wohlgemerkt, das ist der falsche Halb-Dungeon. Ja, das ist der falsche Halb-Dungeon. War hier irgendwas? Ja, genau, da haben wir auch noch die Truhe vergessen. Die wir mit der Lampe. Okay, wir haben 999 von 999 und erhalten nochmal 100. 999 von 999, ja. Ach Gott. Das war der falsche Weg. Dummbatz. Dennoch, ähm... Ich bin nicht so weit weg von dem richtigen Weg. Ich muss nur irgendwie einen Weg rüber finden jetzt. Ja, okay, das kann ich vergessen, weil da komme ich überhaupt nicht dorthin. Ich treffe euch direkt auf der anderen Seite von dieser Straße hier. Also bis gleich, Leute. So, Leute, ich bin wieder hier. Ich habe euch versprochen, hier weiterzumachen. Deswegen... Cats, I hate you. Irgendwie muss ich ja da vorbeikommen. Gut, das war nämlich genau hier, wo ich jedes Mal geglaubt habe, ich muss rüber schwimmen. Nein, muss ich rüber sprengen. So, Herzteil. Eines der Herzteile, die ich auf der Liste habe, muss ich leider offscreen kriegen. Also ich werde die... Bedingungen dafür offscreen machen. Und zwar hat das was mit den Muscheln zu tun. Ich muss zuerst alle... ...mini-Nintendo... Oh, komm, geh vorbei. Ge vorbei. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Komme. Danke. Ich muss nämlich die ganzen Figuren sammeln. Sobald ich alle Figuren habe, bekomme ich von einer Person, die sehen will, dass ich alle Figuren haben will, den Zutritt zu seinem Haus. Und in seinem Haus ist... ein Herzteil. Und das Herzteil ist wichtig für die 100%. Nur ich bin mir nicht sicher, ob nach Vatis Tod die nächsten kommen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erst mit... Vatis Tod... ...die vollständige Herzanzahl bekommen. Genau, von ihm bekomme ich's. Den Zutritt. Gut, wir können hoch und weit springen, was so viel wie bedeutet, wie... Wir besuchen dich. Ja, bitte. Es ist die Sturzattacke. Ja, ich hab's verstanden. Marianette Nunzai. Eine sehr selten verwendete Technik von mir. Ah, komm. Ich sollte's aber verwenden, wenn ich gegen einen Boss kämpfe. Das wäre keine schlechte Idee. Und wir erhalten die siebte Schriftrolle. Ja, ihr habt richtig gelesen. Sieben. Wir haben alle Techniken erlernt. Wir sind am Weg nach Tabanta, weil dort jemand auf uns warten wird. Bei dem wir... ...was Spezielles lernen werden. ...die... 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 ...die wirklich effizienteste Attacke in diesem Spiel. Und zwar... ...ja, wir wollen's lernen. Die große Wirbelattacke. Ja genau, die große Wirbelattacke. Auch die wirklich effizienteste Attacke aus Wind Waker. Für viele Dinge wirklich... ...gut einsetzbar. Aber für manche Dinge wirklich überhaupt nicht verwendbar. Gut. Aber das war's noch nicht, Leute. Wir haben zwar jetzt alle acht Techniken. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Techniken noch verbessern können. Genau, Leute. Diese Technik kann noch besser werden. Yeah. Wie werde ich sie oft freuen? Ab sofort. Und zwar, wir werden beginnen... ...ähm... ...hier oben bei Silas... ...bei Sila Wasserfall. Oh, nicht dusch halt wieder. Ja, und als erstes mal den... ...hier außer Gefecht setzen. Oh, du bist auf meinen Trick reingefallen. Reingefallt. Oh mein Gott. Hatte der viele eben. Das war's wert. Und wir haben noch eine Truhe. Muscheln. Wir sterben Muscheln. Glücksfragment. Glücksfragment. Und wir checken auch mal, was dort oben war. Hier ist nämlich eine Öffnung... ...zu einem Herzteil. Ja, uns fehlen noch zwei, vier... ...sechs Herzteile. Gut, das wär's aber auch wieder mal mit dem hier gewesen. Wir... ...begeben uns jetzt... ...ich schätze mal, ich beginne jetzt wieder komplett von vorne. Was das Exploren betrifft. Und zwar... ...bei mir zu Hause. Wieso? Ich schätze mal, Tingle kann ich jetzt auch wieder was geben, weil ich... ...habe ne Befürchtung, wo... ...ich die ganzen Upgrades bekommen wäre. Aber doch nicht. Er will nichts. Aber wie viele fehlen wir noch? 18. Das ist nicht mehr viel. Das ist ne... ...gute Aussage, dass wir so gut wie fertig sind. ...gute Aussage, dass wir so gut wie fertig sind. 18. 18 Fragmente. Aber es ist kein... ...keine Entschuldigung ist jetzt nochmal nicht bei... ...Alberich... ...Alberich zu versuchen. Lalalala... ...Hallo Alberich, wie geht's? Ja, er will ein Fragment. Was für ein Wunder. Aber ein normales. Was für ein Wunder. Oh, ich brauche Fragmente. Sehe ich gerade. Hm. Schatztruhe? Schatztruhe. Ja. Ja. Das hilft uns aber jetzt auch nicht mehr viel. Diese Schatztruhe. Wir sind über drüber gut jetzt. Wir haben so gut wie alles in diesem Spiel schon bekommen. Bis auf ein paar gewisse Upgrades, die ich jetzt holen werde. Genau. Das darf ich auch nicht vergessen, bevor ich die Fragmente suche. Das werde ich im nächsten Part dann machen, Leute. Das heißt, wer sehen will, wie ich wieder Fragmente suche. Fragmente verteile. Kann bitte jetzt schon zum nächsten Part schauen. Ansonsten... Ihr seid hier willkommen. Diese Part ist so oder so gleich vorbei. Wieder mal. Gut. Eine Sache. Ich werde zuerst einmal... Ah, den Part werde ich jetzt bald abcutten müssen. Er ist fast schon über der Zeit. Ja, wir holen uns noch das Herzteil und dann nächster Part. Also, Leute. Bis zum nächsten Mal.